Zum letzten Auswärtsspiel des Jahres 2023 geht es für den FC Schalke 04 nach Rostock und es sollte ein Spiel werden, was wir längere Zeit nicht vergessen werden. Ich war im Stadion und das ist mein Stadionbericht. Sonntag 13.30 Uhr in Rostock, 560 Kilometer liegen vor uns, das bedeutet 5.30 Uhr hier bereits losfahren, um halbwegs pünktlich am Pendelbusparkplatz da zu sein. Bereits beim letzten Mal gab es mit dem Bus ein Problem und auch dieses Mal war es nicht viel besser gelöst, denn es waren für die Anzahl an Fans viel zu wenig Busse und man musste richtig lange auf den Bus warten. Als wir mit dem Bus dann endlich Richtung Stadion gefahren wurden, gab es dann noch einen Unfall durch den Bus, denn der hatte die Kurve etwas zu eng genommen und dadurch erstmal die gesamte Seite des Busses zerstört. Gott sei Dank unversehrt ging es dann Richtung Stadion und da war die Schlange noch länger, denn man hatte gefühlt drei Leute, die kontrollieren, relativ streng kontrollieren, weil Hochrisikospiel und dann ging es irgendwann gefühlt nach einer Stunde endlich mal Richtung Stadion. Dort wurden dann auch diese Mützen, die ich auch gerade trage, verkauft und jeder konnte sich eine holen, damit es ein einheitliches Bild im Blog ergab. Bereits weit vor Spielbeginn gab es dann die ersten Sticheleien, sowohl von Hansa-Fans als auch von Schalke-Fans, um mal zu fühlen, was denn heute hier so anstehen könnte. Das Ostseestadion ist natürlich richtig cool. Ich mag das Stadion an sich total gerne. Das einzige weirde ist halt, dass der Ultras-Bereich neben dem Gästeblock ist. Das ist eigentlich ja nicht so geplant gewesen, sondern die sind da ja hingewandert, aber es ist einfach jedes Mal total komisch, dass sie halt direkt neben einen sind, weil normalerweise ist man ja möglichst weit weg und da steht man wirklich gefühlt so sechs, sieben Meter vielleicht entfernt. Eine Stunde vor Spielbeginn kamen dann wie immer die Aufstellungen, die ihr hier seht. Schalke wechselt nur einmal Idrissi plötzlich in der Startaufstellung, aber verdient für Schallenberg. Rostock wechselt ebenfalls zweimal nach dem 2-2 beim letzten Spieltag. Kurz vor Spielbeginn gab es dann einen großen Banner mit der gleichen Aufschrift Ruhrpott und dort wurden auch die ein oder andere Fackel gezündet. Ich habe also die ersten drei, vier Minuten. Es gab wohl eine Spielunterbrechung. Ich habe nichts gesehen, also wirklich überhaupt gar nichts. Es war, als wenn wir irgendwie ein Nachtspiel hätten. Ich habe 0,000 gesehen, aber ich habe auch zum Glück nichts verpasst. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich nach zehn Minuten am liebsten wieder Rauch vor mir gehabt, weil das Spiel, was dann kam, war kompletter Müll. Also Schalke stand hinten relativ sicher, muss man sagen, aber nach vorne ging überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, Rostock stand hinten auch relativ sicher, hat nach vorne aber auch nichts gebracht. Ich zeige euch hier mal einen Clip, der ging ungefähr eine Minute und der beschreibt eigentlich ziemlich gut, was in diesem Spiel abgegangen ist. Schalke holt sich den Ball von Rostock, versucht zwei Pässe nach vorne, verliert den Ball, dann kommt Rostock wieder, verliert den Ball wieder. Also das war eine Fehlerquote, die stand gefühlt bei 99 Prozent. Das war wirklich grausiger Fußball. Hinten gut nach vorne zum Abgewöhnen. In den ersten 40 Minuten neutralisiert man sich also komplett. Der Spielstil von Schalke zerstört komplett den von Rostock und Rostock zerstört komplett unsern. Das Spiel ist wirklich komplett langweilig. Null Chancen, 0 zu 0 Chancen, also komplett Müll. Doch dann soll auf den Rängen deutlich mehr Action abgehen. Denn ungefähr in der 38. Minute hören wir es dann relativ laut knallen. Und dann sieht man eben im Gästeblock, dass eine Plexiglasscheibe, die immer zur Abtrennung dient, rausgesprengt wurde, also rausgetreten wurde einfach. Und dass dann dort Fans eben außerhalb des Gästeblocks stürmen und auch auf der Seite der Ultras von Rostock bereits diese Aufforderung, nenne ich sie, einfach mal erwidert wird und man sich auch dort nähert. Da ist natürlich ein Pufferblock zwischen, da sind dann auch weitere Wände zwischen, also Gitter. Aber da droht jetzt eben dann die Eskalation. Und man sieht auch im Hintergrund, wir standen ganz hinten, wenn man rausgeguckt hat, da wurde dann auf einmal Tempo gemacht. Also die Polizei kam dann immer mehr und immer mehr und immer mehr und vor allem immer schneller und immer schneller. Weil man dann gemerkt hat, oh, da sollten wir vielleicht jetzt mal eingreifen. Und natürlich habe ich jetzt nicht die ganze Zeit da drauf gefilmt, deswegen kann ich euch hier jetzt nicht alles zeigen. Und das möchte ich ehrlicherweise auch nicht, weil das ist es nicht wert. Und das sollten wir auch nicht irgendwie weiter thematisieren. Ich zeige euch hier einfach mal ein paar Bilder von der Polizei, die immer mehr wurde und die immer schneller gelaufen ist, weil sie gemerkt haben, da geht gerade richtig was ab. Und die Polizei ist dann eben in diesen Pufferblock gekommen und hat dann versucht, die beiden Fanlager wieder zu trennen, hat sich dort eben positioniert. Die Spieler sind jedoch dann wieder in die Kabine gegangen, das bedeutet, man hat das Spiel unterbrochen. Man ist zurückgegangen, einfach weil eben Fans in einem neutralen Bereich sind, in einem Pufferblock, wo eigentlich niemand sein sollte. Und das war eben ein Sicherheitsrisiko, den der Schiedsrichter auch gesagt bekommen hat. Alles klar, das müssen wir jetzt unterbrechen und wie wir hinterher erfahren haben, war da schon der Punkt, dass die Polizei relativ schnell gesagt hat, das Spiel sollte abgebrochen werden. Jedoch unter der Promisse, wenn das Spiel wieder angepfiffen werden sollte und es sollte nochmal was passieren, dann wäre direkt vorbei. Das Spiel wurde dann knappe 35 Minuten, 40, irgendwie sowas, wir haben da auch so ein bisschen das Zeitgefühl fast verloren, unterbrochen. Und irgendwann ging es dann endlich weiter. Und so wie das Spiel wieder weiter geht, gibt es auf einmal einen Videobeweis und da waren wir ernst verwirrt, weil das Spiel war jetzt 40 Minuten knapp unterbrochen. Was ist jetzt Videobeweis hier pflichtig? Und dann guckt er sich das an und plötzlich sieht Junior Brumado die rote Karte. Und wir waren alle so, was? Was ist jetzt hier passiert? Warum? Das Spiel ist noch nicht mal weitergegangen. Bis sich dann rausgestellt hat, vor der Unterbrechung gab es eine Tätlichkeit von ihm an Idrissi. Und das wurde erst im Nachhinein dann kontrolliert, weil das Spiel ja unterbrochen war. Und so hat er mit ein bisschen Verzögerung die rote Karte gesehen. Was natürlich brutal ärgerlich für Rostock ist, weil im Zweifelsfall hat man da überhaupt nicht dran gedacht. Man hat sich die ganze Zeit darauf vorbereitet, eben zu Elft weiter zu spielen. Man hätte sich vorbereiten können. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Schalke dann die beste Chance durch einen Freistoß von Mohr, der ganz knapp nicht reingeht. Es war ein bisschen der Keeper. Es war aber auch, glaube ich, die Latte, der den Ball dann hinterher abgefälscht hat. Schade, da hätte man noch kurz vor der Halbzeit das 1 zu 0 machen können. In der zweiten Halbzeit kommt es dann dazu, was die meisten wahrscheinlich erwartet hätten, wenn Schalke einmal mehr ist und Hansa hinten aufpassen muss. Hansa steht tief, versucht alles weg zu verteidigen. Schalke kommt kontinuierlich immer wieder zu Angriffen und vor allen Dingen über die Außen, über Flanken, Möken, Mohr, Brunner über die Außen. Immer wieder Flanken, Flanken, Flanken. Lasme, Terode, wer auch immer gerade in der Mitte steht, aber insbesondere Brian Lasme, hat eine Riesenchance und kriegt das Ding da nicht eingeschädelt. Und ich fange hier jedes Mal wieder an, über Brian Lasme zu sprechen, aber einfach, weil ich glaube, dass der Mann was leisten könnte. Und das war so ein Moment, wo ich mir eigentlich dann sogar Polter gewünscht hätte. Ich wünsche mir Polter, was ist jetzt hier falsch? Aber durch die ganzen Flanken wäre der große Polter eben sehr, sehr gut gewesen. Ist auch gekommen, jedoch viel später erst. Noch ein Simon Terode hat eine Chance, die er sehr häufig schon gemacht hat, da aber wirklich komplett kläglich daneben macht. Und ich habe kurz befürchtet, okay, jetzt kommt gleich ein Konter von Hansa Rostock und steht hier 1 zu 0. Rost kommt anders, Schalke kommt zum hochverdienten 1 zu 0. In der 73. Minute ist es Simon Terode mit dem Ball auf Idrissi und der ausgerechnet macht das 1 zu 0. Er nutzt seine Chance in der Startelf, macht das 1 zu 0 hochverdient und der komplette Block geht ab. Er macht das 1.0 hochverdienten 1 zu 0. Er macht das 1.0 hochverdienten 1 zu 0. Und Hansa kommt weiter nicht wirklich zum Zug. Klar, man kommt mal ein bisschen nach vorne, aber so wirklich gefährlich wurde man das gesamte Spiel eigentlich nicht. Also Fährmann musste da nie so richtig mal fliegen oder so richtig eine Glanzparade zeigen. Das war also wirklich harmlos. Klar, du warst auch relativ lange halt mit einem Mann weniger, aber da kam überhaupt nichts. Und in der 86. Minute ist es dann ein guter Konter, Polter auf Karamann und der schließt perfekt ab. 2 zu 0, 86. Minute. 2 zu 0, 87. Minute. Ja! Und das Spiel geht so auch relativ entspannt vorbei, also Hansa hat keine wirklichen Chancen mehr, kommt nicht nach vorne, Schalke macht jetzt relativ entspannt und so pfeift der Schiedsrichter zum 2 zu 0 Endstand ab. Während die Spieler von Hansa Rostock mit Applaus verabschiedet werden von den eigenen Fans, bleiben die Schalke Spieler aber relativ auf Distanz. Es gibt hier jetzt mittlerweile verschiedene Lesweisen, man hat wohl von der Polizei auch so gesagt bekommen, bleibt ein bisschen weiter weg, weil auch der Hansa Bereich da in der Nähe ist. Vielleicht wird man auch ein bisschen vorsichtig, weil man hat die Sachen gesehen, die da so passiert sind. Ich weiß es nicht genau. Natürlich wurden sie mit Applaus verabschiedet, wurden bejubelt, kamen dann auch nochmal ein bisschen zurück, aber man blieb schon so ein bisschen auf Distanz. Ich bin mal gespannt, wie das beim nächsten Spiel ist, woran es jetzt wirklich im Endeffekt lag. Und dann ging es für uns 6 Stunden zurück ins Ruhrgebiet und hoffentlich nächste Woche dann zu einem erfolgreichen, letzten Spiel des Jahres 2023. Das war aber mein Stadionbericht zum Spiel Hansa Rostock, Schalke 04. Warst du dort? Hast du es gesehen? Was sagst du zu den Ausschreitungen? Was sagst du zu dem Spiel? Schreib mir alles gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.